Hey, du Kleine. Hallo. Ist ja schwer zu wecken. Hallo. Oh, 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 Entschuldigung. Hallo. Weißen wir was bei der Oma, Anna? Oma, Opa? Oh. Schmeckt dir das Essen nicht von der Oma? Tschüss. Oh, das passt so. Das da ist extrem teuer geworden. Deswegen fahre ich jetzt zu der Firma Metten in Oberrad. Da gibt es nämlich Siebdruckplatten. Die kann man dann umsonst abholen, weil das Verpackungsmaterial bei denen ist. Ich habe gedacht, für meinen Spielplatz da, den ich für meine Kinder baue, ist das perfekt, weil ich nehme das dann als Dach, als quasi Unterkonstruktion für diese Dachpappe, die ich da drauf mache. Und weil es für lau ist, mache ich damit auch noch die Wände. Sprech-School-T." Sprech-School-T." Sprech-School-T,"P". Das war's für heute. Die Platten sind 900 x 480 x 15 und die Phase da dran ist ungefähr 30 mm. Die verschenken da jetzt im Moment pures Gold. Das ist voll krass. Willst du mitfahren? Ja, Ali fahren. Ali fahren? Ich hab gar nicht ja gesagt. So. Wir packen jetzt. Immer umpacken. Schulterblick nicht vergessen. Da ist noch ein Auto. Ist da noch ein Auto? Auf. Auf. Komm raus. Schnell raus. Oh shit. Das ist ja cool, dass da kein Kunststoff dran ist. Vorsicht. Ja. Papa. Aufpassen. Willst du mal sehen? Das ist Gold. Hier. Raphael, guck mal. Hier ist Gold drin. Gold? Ja. Was? Was? Sollte da Gold drin? Ja, das war Spaß. Papas Rad von Gold. Was? Ali! Ah, Ali. Nicht da rein. Nicht da rein. Nicht alleine fahren. Die Mülltonne hier, die sollte eigentlich vorgestern abgeholt werden. Aber, wir haben die wohl ein bisschen zu spät rausgestellt. Katja, jetzt sind da Magen drin. Das werden Fiegen jetzt, oder? Irgendwann. Die fällt ja am besten da hinten hin, damit das die Ameisen da wieder hingehen. Über volle Ameisen. Ja. Perfekt. Hallo, Mama. Hallo, Mama. Und jetzt noch ganz kurz ein Tutorial, wie man Bachsmaler von der Küchenfront-Becke bekommt. Was passiert, Anna? Ja, Ali hat alles mit Bachsmalstift vollgemalt. Und wie geht das weg? Ich bin mit Butter. Ich gehe immer davon aus, dass irgendein Fett falsch. Fettfilme bei Krieg. Butter einschmieren, einwirken lassen. Und sauber. War das denn viel? Ja, alles. Komplett. Mit dunkelblau. Ich habe heute nur geschleppt, deswegen gehe ich jetzt noch Röntchen auf. Ich bin jetzt fünf Tage hintereinander gelaufen. Und heute habe ich eine neue Bestzeit insgesamt bei dieser Strecke. Einer meiner besten Freunde hat mir ganz kurz, bevor ich laufen gegangen bin, eine lustige Nachricht geschrieben. Und zwar ist der Alex Ho bei uns auf der Vermietersfeier eingeladen. Das ist ein riesengroßer Zufall. Der geht irgendwo mit dem auf irgendeinen Lehrgang. Da treffen sich Leute aus ganz Deutschland. Und irgendwie sind die darauf gekommen, dass der eine von denen da bei uns auf der Vermietersfeier eingeladen ist. Also, Alex Ho, wir sehen uns. Anna, bevor ich es vergesse, das Essen von deiner Mama schmeckt voll gut. Ich versuche es einfach mal, wenn ich es nicht so richtig n世. Jetzt und있e mich zu sehen, wo ich meine Sachen rausgehe. Ich versuche es nicht so richtig nützlich. Ich versuche es einfach mal. Also, wir sehen uns hier im Kopf. Und dann haben wir so viele Nacht damit auf. Und dann haben wir so viele Licht. Und dann haben wir so viele Zeit. Bis zum nächsten Mal.